Also ich glaube schon, dass Dria heiß ist auf dieses Spiel. Ich glaube aber auch, dass jedem Basketballfan bewusst sein sollte, dass schon zwischen einem BBL-Etat und auch einem sehr ambitionierten Pro-A-Kader trotzdem noch qualitative Unterschiede bestehen. Wobei ich finde, das hat man auch in der letzten Saison gesehen, dass es gut ist, dass man diesen Pokalmodus zur letzten Saison geändert hat. Dresden war nah dran letztes Jahr, Gießen hat es geschafft und ich glaube auch, dass Dria es schaffen kann, Frankfurt zu schlagen. Dein Timeout, der Basketball-Podcast. Es regnet mehr, es ist etwas kälter, die Sonne scheint nicht mehr so oft, der Sommer scheint vorbei zu sein, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Der Herbst steht vor der Tür und es gibt nur zwei Gründe, den Herbst zu mögen. Zum einen das Essen, so Suppe und Eintöpfe und solche Geschichten und der zweite Grund ist, dass der Basketball wieder losgeht. Die Pflichtspiele stehen wieder an und darüber freue ich mich noch viel mehr als über das Essen und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier zu deinem Timeout. Und ich habe heute gleich zwei Jungs mit am Start und zwei Gäste, die wir später hören werden. Erstmal geht ein freundliches Hallo raus nach Hamburg und nach München. Rupert und Robert, grüße euch. Schönen guten Tag. Stacki, noch dreimal schlafen, dann geht's los. Jawollo, so ist es. Wir sind voll im Hyprin Richtung Pokal. Die erste Pokalrunde Do or Die steht an und darüber wollen wir heute natürlich mit euch ausführlichst diskutieren. Wir haben Chris Schmidt nachher bei uns am Start. Den kennt ihr bei uns als Kommentator bei Dein. Der ist auch Hallensprecher in Trier, weil er dort herkommt. Ich glaube seit 2008 hat er gesagt, ist er dort Hallensprecher. Kennt also die Trierer in Klammer Pokal Historie und auch das, was da vergangene Saison war. Das wollen wir natürlich thematisieren, denn die Trierer spielen gegen Frankfurt ein heißes Duell, das du dir nicht besser backen kannst. Aber wir werden auch später unseren Experten bei Dein hören, nämlich Dominik von Burchardt, der bei uns immer die Vorbereitungen für die Kommentatoren macht und deswegen den allertiefsten Einblick von allen hat. Den werden wir später zu den anderen Pokalpartien noch hören. Rupert, Pokal oder Liga? Was ist dir lieber? Worauf hast du mehr Bock, wenn du das so hörst? Da habe ich keine Präferenzen, was das angeht. Es gehört beides dazu und ich finde es sehr cool, dass es in Deutschland einen Pokalwettbewerb gibt. Auch wieder einen halbwegs vernünftigen Pokalwettbewerb, nicht einen, in dem nur die ersten sechs Teams mitmachen. Ich finde es sehr cool, dass zwei Tegisten dabei sind. Von daher freue ich mich, dass jetzt der Pokal ansteht und dass die Woche drauf die Liga losgeht. Bin ich voll bei dir. Ich finde auch beides und zwar die Mischung so stark, dass man eben Pokal und Liga hat, zwei verschiedene Wettbewerbe laufen, dass das ein Erfolgsgeheimnis oder ein Erfolgsrezept ist. Das hat mittlerweile auch die NBA gecheckt. Da gibt es ja auch so einen halben Pokalmodus. Entsprechend kann das nichts Schlechtes sein. Die müssen es ja wissen, so erfolgreich wie die in ihrer Vermarktung sind. Robert, aber lass uns bei der BWL bleiben, lass uns beim BWL Pokal bleiben und lass uns über den Pokalmodus sprechen. Denn der ist ja nicht ganz einfach zu verstehen. Er ist zumindest nicht so wie, sag ich mal, im DFB-Pokal beim Fußball, wo Mannschaft A gegen Mannschaft B spielt und dann geht es halt los. Sondern in der ersten Runde sind zumindest noch nicht alle Bundesligisten mit dabei. Das unterscheidet vielleicht die zwei Pokale. Da würde ich dir zustimmen. Ich würde dennoch sagen, es spielt Mannschaft A gegen Mannschaft B. Aber wir haben ja diese Revolution des BWL-Pokals erlebt in der vergangenen Saison zum ersten Mal. Jetzt gehen wir in die zweite Auflage und die große Neuerung für alle Basketballneulinge vielleicht ist, dass die Zweitligisten dabei sind. Zumindest eine Auswahl davon. Das war nämlich in Basketballdeutschland über lange Zeit nicht so. Der Modus sieht jetzt vor, dass die ersten Acht der vergangenen BWL-Saison automatisch in der zweiten Runde stehen. Im Achtelfinale. Und jetzt wird es kurz kompliziert, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Die Tabellenplätze 9 bis 16 in der BWL plus die beiden Absteiger plus die ersten 6 in der Tabelle der Pro A der Vorsaison. Das ergibt nämlich genau 16 Mannschaften. Die spielen eine erste Pokalrunde aus, nämlich die 8 Plätze, die im Achtelfinale noch frei sind. Und diese 8 Partien zwischen den 9 bis 16 platzierten Absteiger und Pro A-Teams, die sehen wir am kommenden Wochenende, beginnen am Freitagabend mit Ende am Sonntagabend. Alle Spiele live bei Deinen auf der Plattform. So sieht es aus. Das hast du sehr anschaulich erklärt. Liegt vielleicht auch an deinem Erstberuf, dass du Lehrer bist, dass du besonders gut erklären kannst. Auch die schwierigen Sachverhalte, sogar für die Schüler, die nicht ganz so smart sind, aufzubereiten, sehr gut gemacht. Einen kleinen Kritikpunkt haben wir, glaube ich. Wir können erstmal ganz kurz drüber sprechen. Zweite Runde im Pokal heißt, die ist auch schon ausgelost. Also wir wissen, wer in der zweiten Pokalrunde von den Top 8 wo wartet. Die war frei auszulosen. Heißt also, es gibt auch ein Duell, da werden wir euch ganz zum Schluss abholen, wer das ist. Aber es gibt auch ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die unter den Top 8 stehen. Das ist also nicht zwingend so, dass die ersten acht der vergangenen Saison gegen die Mannschaften spielen, die sich in der ersten Runde qualifiziert haben, sondern auch die können untereinander spielen. Da wird es dann also ganz frei ausgelost. Ich habe eine kleine Kritik an diesem Modus. Vielleicht kann man den zum nächsten Jahr dann noch ändern. Nicht, weil ich das sage, sondern weil ich das für sinnvoller halte. Dass die schlechter platzierten Teams, vor allem die aus der Pro A, immer Heimrecht haben. Über den kompletten Pokal hinweg. Also egal, ob die dann in der ersten Runde ausscheiden oder bis ins Halbfinale kommen. Na gut, Halbfinale, am Schluss gibt es dann das Top 4. Halbfinale nehmen wir vielleicht mal raus. Aber bis zum Viertelfinale zumindest. Bis es also auf nicht neutralem Boden stattfindet, finde ich, dass die vor allem Zweitligisten da immer Heimrecht haben sollten. Weil es eben einen kleinen Vorteil bedeutet. Und weil man die Pro A-Hallen, glaube ich, einfach nochmal besser gefüllt bekommt. Wenn man jetzt Alba Berlin ist und da im Normalfall, keine Ahnung, Partysan Belgrad und Real Madrid zu Gast hat. Und dann kommt, ich will niemandem zu nahe treten, aber beispielsweise Phoenix Hagen vorbei. Dann weiß ich nicht, ob man die Mercedes-Benz Arena so gut gefüllt bekommt. Andersrum wäre die Ischeland-Halle in Hagen wahrscheinlich ab der ersten Sekunde ausverkauft, wenn Alba Berlin zu Gast kommen würde. Das nur als kleiner Verbesserungsvorschlag. Aber wir wollen gar nicht groß negativ sein. Denn wir freuen uns unfassbar, dass es wieder losgeht mit den Spielen, mit den Pflichtspielen. Alle Teams sind mittlerweile ready, wie ready sie sind. Das werden wir jetzt besprechen. Wir werden jetzt auf alle acht Pokalpartien der ersten Runde eingehen und starten chronologisch mit dem Standalone-Spiel. Und zwar dem zwischen den Gladiators aus Trier und den Skyliners aus Frankfurt. Und haben uns dazu den Trier-Experten Chris Schmidt reingeholt. Wie gesagt, Kommentator bei uns bei Dein und seit 2008 Hallensprecher in Trier. Der weiß, was bei diesem Spiel zu erwarten ist. Und der hat auch schon ein spezielles Spiel in der vergangenen Saison gesehen. Also dort und dabei wünsche ich viel Spaß. Chris, braun gebrannt sitzt er hier bei uns. Der Sommer ist vorbei. Hast du ein ähnliches Gefühl beim Blick auf den Basketball oder auch beim Blick ins Wetter in Trier? Dass der Sommer vorbei ist, heute ging das Wetter noch ganz gut. Und die Aussichten aufs Wochenende mit endlich mal wieder Pokal in Trier. Trier durchaus, zumindest rühmen wir uns damit, eine Pokal-Historie hat, die auch mit Frankfurt in Verbindung steht, finde ich die Aussichten eigentlich ganz positiv. Die Historie, die sehen tatsächlich gut aus. Die Historie, die jetzt mit Frankfurt in Verbindung steht, die ist ja nicht ganz so rumreich, ne? Boah, direkt mal Salz in die Kunde, Alter. So liebe ich dich, Rupi. Gar keine irgendwie mal Smalltalks. Da kam noch kurzes Wetter. Darf ich was hier los? Direkt danach kommt er geschossen. Ja, du, also Saison-Motto in Trier für die kommende Zweitliga-Saison heißt We Believe und mein Motto für Freitag heißt Time for Payback. Also die Halbfinalserie gegen Frankfurt war schon speziell auf allen Ebenen, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und ich finde, Frankfurt hat das durchaus in fünf Spielen verdient gemacht. Und ich finde das aber auch, weißt du, wir haben dadurch, oder die Mannschaft ist ja in Trier total zusammengeblieben. Also es ist, glaube ich, auch fast in Deutschland einmalig, dass ein Kader so zusammenbleibt, weil er eben auf seiner Mission noch nicht da gelandet ist, wo er hätte landen wollen, nämlich im Finale der Pro A. Und deswegen, glaube ich, alles ist für was gut. Wir haben einen neuen Namenssponsor bekommen in Trier. Strukturell sind wir weitergewachsen. Wir hatten den größten Zuschauerschnitt in der Geschichte des Trierer Basketballs. Wenn wir die Euphorie mitnehmen, kann Frankfurt sich am Freitag zumindest ein bisschen warm anziehen. Um das nur ganz kurz aufzurollen für alle Zuschauer, die vielleicht nicht letztes Jahr so viel Pro A mitverfolgt haben oder das auch im Halbfinale nicht mitbekommen haben. Es gab da, ich sage mal, kleinere und größere Probleme. Es war ein Fight auf dem Feld, aber auch neben dem Feld. Chris, kannst du uns ganz kurz mitnehmen in dieses Pro A-Duell im Halbfinale, bei dem es ja um den Aufstieg ging. Beide Mannschaften wollten unbedingt aufsteigen. Nur eine von beiden Mannschaften hätte es schaffen können, weil ja Frankfurt dann am letzten Spieltag noch runtergerutscht ist auf, ich glaube, den vierten Tabellenplatz. Und man sich dann eben in diesem Halbfinalbaum oder in diesem Playoffbaum im Halbfinale schon getroffen hat. Also hieß es Frankfurt oder Trier. Und ab dann übernimmst du jetzt mit der kurzen Geschichte, was da so passiert ist. Denn du warst vor Ort in der Halle. Ja, ich bin seit 2008 Hallensprecher. Für diejenigen, die mich jetzt nur von deinen kennen, also habe schon alles miterlebt, was den Trierer Basketball so speziell macht. Und das war auch eine spezielle Story. Frankfurt hat in Spiel 1 die Trierer so ein bisschen überrascht, Spiel 1 auch geklaut und war da sehr emotionalisiert. Und einzelne Spieler haben auf eine Art und Weise, wie ich es im deutschen Basketball vorher in dieser langen Zeit seit 2008 noch nie erlebt habe, das Publikum dann auch mit entsprechenden Gesten gepusht, provoziert, wie man auch immer das nennen möchte. Dann muss man auch sagen, dass auf Trierer Seite vom Security-System, wie es halt im Basketball ist, wir haben nicht in der zweiten Liga in jedem Block Securities, die verhindern, dass die Hardcore-Fans Richtung Spieler oder Ausgang laufen können. Das ist dann passiert. Dadurch haben sich einzelne Frankfurter Spieler, zumindest so, wie ich es wahrgenommen habe, von meiner Perspektive aus, provoziert geführt. Dann gab es eine Handgemenge und im Anschluss dessen ist dann David Mullencat, ich glaube, damals für zwei Spiele gesperrt worden, wegen dieser Handgreiflichkeit. Es gab auch noch einen Schermützel auf dem Feld. Ich war zwischen Marcus Graves, der auch noch in Trier spielt, und Dennis Wucherer dazwischen gegangen. Also Emotionen fliegen hoch. Ich wurde da auch sehr emotionalisiert bei einzelnen Kindern, auch durch das, was dann passiert ist. Ein bisschen geschockt war in der Halle, aber letztlich ist es dann auch der Sport, sind es die Emotionen. Danach gab es Entschuldigungen, zumindest von dem sportlichen Personal auf beiden Seiten. Frankfurt hat dann auch, wie es sich dann auch irgendwie gehört, im Wissen, sie müssen irgendwie aufstellen, auch alle Register gezogen, bis hin zu möglichen Behauptungen. Meiner Meinung nach sind es Behauptungen, dass rassistische Unbegriffe oder ähnliches Laute gegeben haben soll, die aber sonst kein einziger in der Trierer Halle wahrgenommen hat, auch ich nicht wahrgenommen habe. Und glaubt mir, bei solchen Vorwürfen, ich glaube, da stehe ich auch für Authentizität, habe ich in allen Blöcken mit allen Fans, die ich seit mittlerweile Jahrzehnten kenne, gesprochen und niemand hat derartiges wahrgenommen. Das waren dann viele Nebenkriegsschauplätze sozusagen, wenn man das in diesen Zeiten überhaupt so bezeichnen darf. Und dann ging es aber ums Sportliche und da muss man sagen, dass Dennis Wucherer eigentlich mit Spiel 4, also Frankfurt 1-0, dann hat Trier die nächsten beiden Spiele ziemlich souverän gewonnen. 2-1 in Führung gelegen, in Frankfurt gab es dann Spiel 4. Ich glaube, vier Minuten vor Schluss hat Trier zweistellig geführt, die Führung dann nochmal hergegeben. Das war so ein bisschen der Neckbreaker. Also da hat man einfach auch falsche Entscheidungen getroffen, aus sportlicher Sicht. Und dann Spiel 5, da hat Dennis Wucherer dann letztlich auch einen taktischen Kniff gefunden, weil Trier schon angreifbar ist auf der Flügelposition aus dem Post-Up. Und da haben sie JJ Mann wehgetan und dann das Spiel verdient gewonnen. Das war dann aber auch eine sehr beeindruckende Leistung und deswegen verdienter Aufstieg. Soweit des Rückblickes auf sehr emotionale Playoff-Halbfinalspiele in der Pro A letzte Saison. Chris, du hast die Geschichte erzählt. Jetzt kommt es direkt zum Rematch in einem Pokal. Es ist wieder ein Do-or-Die-Spiel, wie man es in den Playoffs auch gesehen hat, in Spiel 4, in Spiel 5. Denkst du, die Wogen haben sich etwas geklettert oder erleben wir da am Freitagabend ein richtig hitziges Duell? Also ich glaube schon, dass Trier heiß ist auf dieses Spiel. Ich glaube aber auch, dass jedem Basketball-Fan bewusst sein sollte, dass schon zwischen einem BBL-Etat und auch einem sehr ambitionierten Pro A-Kader trotzdem noch qualitative Unterschiede bestehen. Wobei ich finde, das hat man auch in der letzten Saison gesehen, dass es gut ist, dass man diesen Pokal-Modus zur letzten Saison geändert hat. Dresden war nah dran letztes Jahr, Gießen hat es geschafft. Und ich glaube auch, dass Trier schaffen kann, Frankfurt zu schlagen. Wobei ich, wenn ich ganz ehrlich bin, sogar trotz der Historie, natürlich, wir sind jetzt alle Fans, sind euphorisiert und wir werden da sicherlich tolle Stimmung erleben in der SWT-Arena am Freitag. Aber vom Spielerischen hätte ich, von dem, was ich auch von Dennis Wucherer hätte, vielleicht sogar einen anderen vermeintlichen Abstiegskandidaten aus der BBL gesehen. Weil Dennis Wucherer schon jemand ist, der ein klares taktisches System hat, das auch sehr früh eine Mannschaft reinbringen kann. Das hat auch immer seine Historie gezeigt. Deswegen glaube ich, die werden sehr ready sein. Weil wenn du dir das vorstellst, was soll Frankfurt denn nächste Saison überhaupt reißen? Wenn, dann können sie positive Schlagen, also es sei denn, sie überraschen mich und wahrscheinlich euch als Experten auch. Aber ich glaube nicht, dass sie um die Playoffs oder die Playins spielen werden. Da geht es nur um den Klassenerhalt. Und dann ist halt so ein Pokal. Im Wissen, du hast danach auch noch ein Heimspiel, halt schon eine Möglichkeit, da auch weit zu kommen. Deswegen fürchte ich, werden die sehr gut vorbereitet sein. Und auch die Vorbereitungsspiele haben sie auch gegen qualitativ hochwertige Gegner gespielt. Gute Ergebnisse erzielt. Also die Favoritenrolle, die gebe ich mal, auch wenn wir in Trier Heimrecht haben, mal ganz schnell ab an den Bundesligist. Also Chris, jetzt hast du mir so ein bisschen den Wind aus den Sägen genommen. Hier in dem Skript stand. Unter anderem ist eine Überraschung möglich. Und ich wollte jetzt eigentlich argumentieren, wäre denn die Überraschung, dass Frankfurt gewinnt? Aber du hast ja jetzt so pro Frankfurt argumentiert die ganze Zeit. Aber erzähl doch mal, was macht denn deine Trierer aus? Also was wirklich einzigartig ist, glaube ich, in ganz Basketball-Deutschland, zumindest fällt mir jetzt keine andere Mannschaft ein, ist, dass Trier wirklich es geschafft hat, nahezu den kompletten Kader. Und er hat ja in der letzten Zweitliga-Hauptrunde wirklich dominiert. Das kann man nicht anders sagen. Also die waren mit Abstand Tabellenerster und Top-Favorit. Und haben bis auf Moritz Grimma, der nach Bamberg gewechselt ist, zur neuen Saison in die BBL, alle Leistungsträger gehalten. Jordan Barnes war da noch ein Scorer, der nachverpflichtet wurde für den verletzten Pointcard. Marcus Craves, der ist aber jetzt zurück. Und ich glaube, das größte Fund von Trierer ist der spielerische Ansatz. Und der macht wirklich Spaß. Also da kann ich auch jedem deinen Zuschauer nur empfehlen, den Saisonauftakt zu schauen, weil Trierer echt einen schönen Ball spielt. Also wir haben eine sehr gute Spielanlage in der Offensive. Der Ball läuft sehr gut. Es gibt keinen, was eigentlich typisch für die Pro A sonst ist, herausragenden 1 gegen 1 US-Amerikaner auf der Guard-Position und andere Positionen, die dort für Scoring zuständig sind. Sondern es sind 5, 6 Optionen und Spieler, die in jedem Spiel zweistellig scoren können, auch gegen Frankfurt. Und dazu mit Mike Zirvis natürlich auch noch so ein Trierer Jung, der sicherlich auch seinen Körper auf der Bühne noch mal richtig reinhauen möchte. Und wenn die Trierer Dreier fallen, ich glaube, das wird so ein X-Faktor. Und Nolan Adekundi, sein Potenzial, das ist für mich der beste Neuzugang aus Trierer Sicht. Auch eine spannende Historie, der weiß, das wisst ihr ja auch, der muss jetzt in seiner Karriere performen, nach dem, was in der letzten Saison oder vor der letzten Saison mit Chemnitz passiert ist. Dann, glaube ich, können wir uns auf ein schönes und hoffentlich auch spannendes Spiel freuen. Und ich lasse mir als Trierer auch nicht sagen, dass ich die Frankfurter schon jetzt als Sieger da durchwinke. Ich glaube, dass, wie gesagt, an einem guten Tag kann Trierer die Überraschung schaffen. Aber als Favorit lieber Ruppi geht Frankfurt definitiv trotzdem. Ich tippe auf Trierer. Stark. Ruppi tippt auf Trierer, der muss sehr gut wie wir aus der vergangenen Saison wissen. Ich wollte gerade sagen, habt ihr dir nicht so eine Wettgeschichte, wo du immer falsch lagst? Also tipp lieber mal auf Frankfurt Ruppi. Dann fühle ich mich ein bisschen besser. Naja, was wir sagen müssen, wenn Trier das wirklich machen sollte, wäre das, glaube ich, im neuen Pokalenmodus mit dem Pro-A-Ligisten der erste Erfolg eines Zweitligisten. Der zweite. Gießen gegen Kreisheim letzte Saison. Stimmt. Punkt für euch. Du hast schon zwei Themen angesprochen, die wir vielleicht noch ganz kurz tiefer thematisieren können, weil sie auch bestimmt in der Übertragung dann eine Rolle spielen werden. Zum einen Nolan Adekunle. Du hast gesagt, mit Chemnitz, das kam ja daher, dass er bei Frankfurt unter Vertrag war, Zwei-Jahres-Vertrag dort unterschrieben hat, gerne nach Chemnitz gewechselt wäre, was dann aber nicht zustande gekommen ist. Dann wollte er den Zwei-Jahres-Vertrag auflösen bei Frankfurt. Dann gab es da einen Riesen-Knatsch vor dem Arbeitsgericht sogar. Es war ein Riesenfall, der überall durch die Presse ging. Das Arbeitsgericht hat dann dem Verein Recht gegeben und dann ist Nolan Adekunle irgendwann später in die Saison eingestiegen, hat dann aber auch keine große Rolle mehr bei den Frankfurtern gespielt. Und Achtung, ist jetzt zu Trier gewechselt und spielt jetzt also wieder gegen seinen alten Verein. Also ich glaube, dieses Duell, es gibt gar nicht mehr Geschichten als bei diesem Duell, die letzte Playoff-Serie, wo es um den Aufstieg ging. Es ist das erste Pflichtspiel seitdem von den Trierern wieder, die dann direkt Revanche nehmen können, mit eben Adekunle bei ihnen auf der Seite. Das ist, glaube ich, eine der Geschichten. Und die andere Geschichte ist die von Jacques Schneider. Du hast schon gesagt, der Spielstil, den die Trierer da an den Tag legen, wird der sich ändern unter dem neuen Coach, unter dem neuen, sehr jungen Coach, erst 31 Jahre alt. Aber ich glaube, da sind wir uns schon einig, einer der großen aufstrebenden Coaching-Talente in Deutschland. Hat er auch schon in Leverkusen zusammen mit Hansi Gnath bewiesen, die auch damals Pro-A-Meister wurden, das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen konnten. Und man darf sich diesen Sprung jetzt gar nicht so deutlich vorstellen, wie man es vielleicht gewöhnt ist, auch in Basketball-Deutschland. Weil eigentlich war er schon in der letzten Saison als Sportdirektor Associated Head Coach. Also es war so, Don Beck, Trainer-Legende, auch derjenige, der die zwei Pokal-Triumph für 1998, 1998 und 2001 nach Trier geholt hat damals, ist dann zurückgekommen mit dem Zielaufstieg, zusammen mit Jacques Schneider. Und sie haben es sich aufgeteilt. Also Jacques war schon letzte Saison für die Offensive zuständig und Don Beck für die defensiven Spielzüge. Und von daher, wenn man eine Veränderung erwarten kann, dann dadurch, dass jetzt andere Spielertypen dazugekommen sind, wie zum Beispiel mit Ade Kunle, der auf dem Flügel halt ein athletischeres Element reinbringt, was in der letzten Trierer Mannschaft definitiv gefehlt hat. Und im defensiven Konzept könnte man Änderungen sehen, weil er eben dafür in der letzten Saison nicht zuständig war. Aber insgesamt, Trier, also gerade aus dem Pick and Wolf mit Craves und Linsen und Zirbis wird viel kreiert. Dann hat man mit Drescher draußen noch einen guten Schützen, J.J. Mann hat Schlitzohr. Also ich glaube schon, dass wir Potenziale im Kader haben, ob wir die Athletik haben, die um Franke zu matchen, weiß ich nicht. Aber Potenzial im Kader, um den Großen zu ärgern, auf jeden Fall. Der Übergang von Don Beck auf Jacques Schneider, was so ein bisschen zu hören war, ist ja wohl nicht ganz so geräuschlos abgegangen. Dass es keine von Beginn an eindeutige Kommunikation gegeben hat, hinsichtlich Don Beck, welche Rolle er wann einnimmt. Hat sich das alles inzwischen wieder entspannt? Ich weiß, worauf du ansprichst. Ich kann das aber nicht aus erster Quelle sagen, sondern eben auch nur von dem, was man so mitbekommen hat. Man muss wissen, dass Don Beck ein spezieller Mensch ist und so ein typischer Prep-Talk-amerikanischer Coach, also der auch seine Mission über und vor allem anderen stellt. Ich meine das ganz positiv, ich meine das nicht negativ. Ich mag Menschen, die sagen, ich bin hier, um eine Mission zu erfüllen. Und jeder, der gegen mich ist oder nicht Teil dieser Mission ist, den lasse ich in meine Gedankenwelt gar nicht reinkommen. Also man muss aber immer die Menschen dahinter verstehen. Deswegen klang das vielleicht oder das, was dann aus Trier herausgeklungen ist, deutlicher. Und dann sind auch persönliche Wahrnehmungen ja auch immer unterschiedlich. Wenn jemand selbst betroffen ist, kann es ja anders sein. Das, was ich dachte zu wissen oder das auch mein Kenntnisstand ist, ist, dass es von vornherein klar war, dass Jack Schneider in der zweiten Saison, sollte der Aufstieg nicht gelingen, auch in die Head-Coach-Position oder perspektivisch in die Head-Coach-Position herangeführt werden soll. Und ich glaube, dass man aber insgesamt mit der Expertise, die man trotzdem hat, ich meine mit Ralf Held ist jetzt ein neuer sportlicher Leiter bekommen. Don Beck ist weiterhin auch im administrativen und direkten sportlichen Breit als Head-President of Basketball. Ich weiß genaue Bezeichnungen nicht. Da müsst ihr mir gerade helfen, obwohl ich Trierer bin. Ich glaube, das stimmt so, ja. Aber sie sind beide involviert. Und wenn du dann siehst, das jetzt auch in so einer Off-Season der Co-Trainer, der Golden State Warriors bei uns in Trier zu Gast war, zusammen mit Dirk Bauermann, dann siehst du einfach auch dieses Netzwerk, das Don Beck hat. Und das hilft einem pro A-Ligisten enorm. Also da auch aus der Historie heraus von damals auch nochmal Sponsoren zu wecken, die dann Ende der 90er aktiv wären. Also das ist schon in der Kombination was Spezielles, was du dir aber auch leisten können, wollen, müssen, möchtest. Keine Ahnung, war kein Deutsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also das ist schon speziell. So viel Expertise dann auch in offiziellen Ämtern, einem pro A-Ligisten gab es, glaube ich, noch nie im deutschen Basketball. Ich bin gespannt, wenn die Mission klappt. Wir glauben alle dran. Dann haben sie alles richtig gemacht. Ja, das riecht alles schon so ein bisschen nach BWL, wenn wir da mit den Trierern noch einmal nach vorne schauen zum Abschluss. Was ist denn in dieser Saison möglich für den Standort Trier? Ist es tatsächlich der Aufstieg? Ist Trier Aufstiegskandidat, ist Aufstiegsfavorit oder alles ganz gemächlich? Also es gibt ja immer diese berühmten Umfragen unter allen Trainern. Und die ist zwar jetzt, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, aber wenn die veröffentlicht wird für die Barmer 2. Basketball-Bundesliga, dann ist ganz klar, da wird Trier 18-mal genannt. Und zwar von jedem einzelnen Trainer, inklusive von Jack Schneider, der auch sehr offensiv sagt, es gibt nur ein Ziel, das ist der Aufstieg. Und das ist nicht nur der Aufstieg, sondern die Meisterschaft. Also auch der sportlich größte Erfolg in der 2. Liga. Ganz ehrlich, wenn es ein System gäbe, und da finde ich, sollte der deutsche Basketball auch perspektivisch mal nach den Erfahrungen des letzten Jahres drüber nachdenken. Ja, ich finde es richtig, einen Meister bei Playoffs aufzuspielen, aber ich fände es sehr, sehr gut für den deutschen Basketball, wenn wir nicht mehr über Wildcards oder Ähnliches nachdenken müssten, sondern einfach schauen, welches qualifizierte Team hat sportlich die beste Leistung vollbracht, ist am weitesten gekommen nach der Hauptrunde und hat damit die Chance aufzusteigen, weil er die Bedingungen erfüllt. Ich glaube, das wäre in dem deutschen Basketball mehr zugetan, als dass zum Beispiel eine schwerwiegende Verletzung eines Schlüsselspielers darüber entscheiden kann, ob eine ganze Saison, wo du monatelang dominiert hast, vielleicht dann hinfällig ist, weil du im Halbfinale ins Spiel 5 ausscheidest oder ähnliche Dinge passieren. Das fände ich gut. Also ich glaube, dass es aber auch umgekehrt sehr, sehr schwierig ist, weil es ist nun mal so, wie es ist, das vorauszusehen, weil ich finde, dass die Pro A auch von den Spielernamen und Typen, die in den letzten Jahren gekommen sind, wir reden über Robin Benzing, wir reden über Basti Dorit, wir reden über Mike Zirbus, wir reden diese Saison über Raymer Morgan, ehemaliger BBL-MVP, wir reden über Robin Christen und weitere Spieler, wir reden über Moe Stucky, der auch ein cooler Typ ist und seine Karriere ja auch in Kreuzheim dort fortführt. Also wir reden schon von qualitativen Sprüngen, die dann auch passieren. Ich glaube aber auch, dass es in dieser Saison drei, vier Mannschaften gibt, die deutlich stärker sind als vielleicht der Rest der Liga in der zweiten Liga. Dazu zähle ich Trier, dazu zähle ich Kreuzheim, dazu zähle ich Gießen und Jena. Das wären meine Favoriten, ohne jetzt Tübingen da zu nahe zu treten als Absteiger. Die haben eine sehr, sehr junge Truppe, aber da weißt du nie, wo der Weg geht. Ja, aber auf jeden Fall sehr speziell und es würde mich freuen, einfach für den deutschen Basketball, wenn wir mehr Durchlässigkeit hätten zwischen den Ligern, auch wenn natürlich die Herausforderungen und die Standards immer stärker werden in den nächsten Jahren, wie wir alle wissen. Das war ein wunderbares Abschlussplädoyer von dir. Vielen Dank dafür, stehe ich auch voll dahinter. Und eine tolle Überleitung zu den restlichen Pokalspielen, die wir ab jetzt angehen. Danke dir, Chris. Danke euch und viel Spaß. Bis Freitag in Trier, Staki. Ja, bis Freitag in Trier, wir sehen uns. Soviel also zur Partie zwischen den Gladiators aus Trier und den Skyliners aus Frankfurt. Und jetzt wollen wir direkt rübergehen zu den anderen Partien dieses Spieltages. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr erleuchtend gewesen. Die ganzen Partien seht ihr natürlich live alle bei uns bei Dein. Die Zeiten werden wir euch dann immer nennen, wann die Spiele sind, wenn wir drüber sprechen. Und das werden wir jetzt tun mit unserem Experten, mit Dominik von Burchardt. Er ist derjenige, der den Kommentatoren die Mappen aufbereitet, also da schon mal die Infos alle raussucht und die für die kuratiert. Und deswegen hat er natürlich einen sehr tiefen Einblick hinein, rein in die Mannschaften und in diese Pokalduelle. Und deswegen zählt jetzt seine Expertise. Der Mann, der alle Zahlen im Kopf hat, die er für uns aufbereitet in den Kommentatoren-Mappen. Dominik von Burchardt und deswegen haben wir dich eingeladen. Erstmal ein freundliches Hallo. Hallo und ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Wir freuen uns, dass du dabei bist, denn du hast wie immer einen ganzen Rucksack voller Expertise mitgebracht. Und mit dir wollen wir jetzt so ein bisschen durch die Pokalduelle am kommenden Wochenende durchsurfen. Aber zuallererst mal für dich auch die Frage, bist du schon fertig mit dem Sommer? Bist du bereit für den Herbst, für den Basketballherbst? Ja, weil es würde ich sagen lang genug, warm genug. Jetzt wird es wieder kälter. Man merkt, so langsam kommt der Basketball auch wieder zurück. Im Sommer ist es furchtbar in den Hallen überall. Wenn es 25 Grad draußen sind, dann gehst du in jeder Halle kaputt, weil Lüftung ist irgendwie so ein Thema, das interessiert die meisten irgendwie nicht. Ich freue mich auf jeden Fall und freue mich, dass es in vier Tagen jetzt auch schon losgeht. Das stimmt. Ich glaube, Basketball ist das Einzige, was den Sommer für mich manchmal, gut, wenn man draußen spielt und es hat nicht 35 Grad, dann macht es schon Bock. Aber ansonsten hat Vorbereitungen im Sommer immer nicht so Bock gemacht. Macht im Herbst viel mehr Spaß. Alles andere am Herbst, außer vielleicht das Essen, finde ich nicht so geil. Aber Basketball hebt es eben raus und deswegen freue ich mich mega drauf. Vor allem, dass wir jetzt wieder in die Pflichtspiele hineingehen und das mit quasi Kopfsprung. Wir haben gerade schon mit Chris über das Duell zwischen Trier und Frankfurt gesprochen. Wenn du ganz kurz deinen Take dazu abgibst, was glaubst du, Trier oder Frankfurt? Also am liebsten wäre mir auf jeden Fall, wenn es so lange wie möglich so spannend wie möglich bleibt, gerne auch Overtime, Double Overtime, was auch immer. Schwierig zu sagen, ist für mich auf jeden Fall so in dieser Upset-Kategorie drin, das Spiel auf jeden Fall. Wo der Pro-A-Legist, glaube ich, eine sehr gute Chance hat zu gewinnen. Ich tue mich immer schwer, es festzulegen, weil es natürlich immer Blick in die Glaskugel. Aber da ich jetzt natürlich auch in der Pro-A viel mache, gehe ich natürlich mit Trier. Sehr gut. Hat Ruppi vorhin auch schon getippt, die Upset-Kategorie. Ich glaube, die ziehen wir heute noch öfter bei den Pokalduellen. Lass uns einfach durchgehen, ganz chronologisch. Am Samstag um 18.30 Uhr, wir haben ja das Freitag 20-Uhr-Spiel in Trier schon abgehakt. Natürlich alle Spiele live auf Dine zu sehen. Samstag 18.30 Uhr dann das Duell zwischen den Harco Merlins-Kreilsheim und den Rostock-Sea-Wolves. Und da gibt es auch mehrere Headlines, die man anführen kann. Zuallererst, glaube ich mal, dass die Kreilsheimer in der vergangenen Saison gegen die Rostocker immer ziemlich gut aussahen. Obwohl sie am Schluss abgestiegen sind, oder? Ja, ich glaube, das ist auch so ein Spiel, Staki, das können wir in die Upset-Kategorie stecken. Kreilsheim als Absteiger schon wieder mit der Ambition, kurz- bzw. mittelfristig in die BBL zurückzukehren. Die Rostocker mit einer schwierigen Saison, die hinter ihnen liegt in der BBL. Jetzt der Kader wirkt auf mich auch noch nicht so super ausgegoren. Dann haben wir jetzt noch Phil Hartwig kurzfristig verpflichtet, dazu ein Spiel in Kreilsheim. Beide Teams wissen vielleicht nicht ganz genau, wo sie stehen. Also gut möglich, dass vielleicht hier auch eine Überraschung drin ist. Die Kreilsheimer ja letzte Saison in der ersten Runde ausgeschieden als Bundesligist gegen einen Pro-A-Ligisten, als einzige Mannschaft bisher im neuen Pokal-Modus. Wie siehst du jetzt die Möglichkeiten, dass sie vielleicht die Überraschung andersrum schaffen, Dominik? Oh, ich sehe das sehr gut. Also ich habe ehrlicherweise noch kein Spiel sehen können von den Kreilsheimern, weil es halt alles Testspiele waren bisher. Aber was da so auf dem Papier bisher steht vom Kader und von den Ergebnissen, das ist schon sehr stark. Und wenn man auch mal mit Leuten redet, die noch näher an Pro-A-Mannschaften dran sind, Coaches etc., Kreilsheim steht auch für die kommende Pro-A-Saison bei den meisten ganz, ganz oben mit dabei. Das ist schon echt ein starker Kader, der ja bis auf Mostaki wirklich komplett einmal overhauled wurde. Aber das ist auch bei den Import-Spielern beispielsweise, hat man schon, würde ich mal sagen, in die oberste Schublade gegriffen, was Spieler angeht. Da ist ein Vinny Shahid dabei, Aufbauspieler. Der hat im FIBA Eurocup letzte Saison gespielt, in Italien erste, zweite Liga. Der hat jetzt in der Vorbereitung auch schon ordentlich abgeliefert. Und ich finde immer, bei der Vorbereitung muss man natürlich immer aufpassen, Testspiele auf der einen Seite nicht überzubewerten. Aber irgendwie sollte man es ja auch nicht so komplett ignorieren. Und ich finde, das, was Kreilsheim bisher zeigt, das ist schon echt stark. Also da werden gute Pro-A-Teams teilweise deutlich geschlagen. Gegen Bamberg jetzt haben sie, glaube ich, mit sieben Punkten verloren beim Turnier in Bayreuth am Wochenende. Zur Halbzeit haben sie sogar geführt. Also das ist schon stark. Und was Robert gerade gesagt hat, ich glaube, Rostock wird auch, von den Teams, die jetzt im Pokal sind, sind sie eher eins der Schwächeren. Und Kreilsheim dann auch noch zu Hause gegen eine Rostocker Mannschaft, die ja am Ende dann der vergangenen Saison in der BBL ja auch noch den verbleibenden Platz in der BBL ja eigentlich genommen hat. Da gab es ja noch diesen direkten Vergleich. Hätte Kreilsheim gewonnen, wäre Rostock abgestiegen. Also das, finde ich, ist auch noch so eine ganz interessante Geschichte. Und das ist wahrscheinlich für mich sogar das Spiel mit Nummer-eins-Upset-Potenzial. Jetzt haben wir dich ja hier als Pro-A-Experten, Dominik. Es gibt ja auch eine interessante Trainerpersonalie bei Kreisheim. Die Frage ist trotzdem, ob du jetzt hier in dem Podcast der richtige Ansprechpartner bist oder der Mann, der aus meiner Perspektive links von dir sitzt, nämlich Florian von Stackelberg. Neuer Cheftrainer kommt ja aus Ludwigsburg und war da Co-Trainer. An dem Standort, an dem auch du lebst. Also suchst du dich auch, ob du beantwortet. Ich kann mal den Anfang zumindest machen. David McRae ist neuer Coach da bei den Harko Merlens-Kreilsheim, der aus der Schule von John Patrick ursprünglich kommt, auch ähnlichen Basketball spielen lässt. Das hat man jetzt auch in den Spielen schon gesehen. Wenn man auf die Statistikbögen schaut, dann sehen die Statistiken sehr ähnlich aus wie die der MHP-Riesen Ludwigsburg in den vergangenen Saisons. Wenig Turnover gleichzeitig, also wenige eigene Turnover gleichzeitig, hohe Stilraten und viele Turnover beim Gegner, viele Offensiv-Rebounds, schnelles Spiel, intensive Defense. Kriegt man dann auch immer wieder in den Zitaten nach den Testspielen von David McRae mit, dass er da mit der Intensität in der Defense nicht ganz so zufrieden war oder dann eben mit der Intensität zufrieden war. Also das ist wirklich ein Merkmal, das sehr dicht auf die Ludwigsburger Basketballschule der letzten zehn Jahre zurückzuführen ist. Und er ist natürlich ein Rookie-Coach, zumindest so halb, weil letztes Jahr hat er sich die Cheftrainer-Position bei den MHP-Riesen doch schon fast geteilt mit Josh King zusammen. Da hat er sehr großen Einfluss gehabt auf die Art und Weise des Spielens und schon fast wie so ein Head-Coach-Duo, das es da gegeben hat. Und entsprechend glaube ich, dass er da mit den Harko Merlins Kreilsheim auch wirklich, wie soll ich sagen, erfolgreich sein kann. Er lebt nach wie vor in Ludwigsburg, fährt nach Kreilsheim, was so eine Stunde Fahrt ist ungefähr ohne Stau. Und ich glaube, das gibt ihm auch nochmal so einen Riesen-Boost, dass er quasi hier wohnen kann mit seiner Family und gleichzeitig dann in Kreilsheim aber der Coach sein kann, eben gegen die Rostock-Seawolfs. Und ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, vergangene Saison waren die Rostock-Seawolfs die einzige Mannschaft, die zweimal gegen die Harko Merlins Kreilsheim verloren hat. Sowohl, ich glaube, am dritten oder am ersten Spieltag sogar, als auch am 33. Spieltag. Beides Mal die Kreilsheimer da mit dem Sieg gegen die Seawolfs. Wobei sich natürlich der Kreilsheimer Kader ziemlich stark geändert hat. Das haben wir gerade schon mal angesprochen. Aber auch der Rostocker hat sich ja groß geändert. Staki, ja, eine Personalie bei den Rostocker, die wir noch ansprechen müssen, Algers Schäle, der neue Spielmacher, soll eine Schlüsselrolle einnehmen, laboriert aber an der Verletzung, hat in der Vorbereitung noch gar nicht, beziehungsweise sehr wenig spielen können. Äußerst fraglich, ob er zum Spiel am Wochenende einsatzfähig sein wird. Das könnte auch ein Faktor werden in diesem Duell gegen Kreilsheim. Und wenn er einsatzfähig ist, in welcher Form er einsatzfähig ist? Wenn du die ganze Vorbereitung bisher verpasst hast, dann kommst du nicht und machst im Schnitt 30 Punkte. Sondern dann wird es schwierig, vor allem mit einer neuen Mannschaft, mit einer neuen Spielidee, die es da in Rostock sicher auch geben soll. Die, wie man hört, zumindest defensiv geprägter sein soll, als in den letzten Jahren. Ob das dann umzusetzen ist, das ist die große Frage. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Spiel zu gewinnen. Allein schon, weil man in die zweite Runde im Pokal kommen kann. Aber weil man sich auch sicher sein kann, dass man in der zweiten Runde dann eine volle Hütte zu Hause hat. Denn, Dominik, es geht gegen Alba Berlin. Ich glaube, auch das ist dann, also das ist ja schon ausgelost, ich glaube, auch das ist nochmal extra Motivation, da richtig auf den Putz zu hauen, oder? Ja, 100 Prozent. Also welches Pro-A-Team möchte nicht gerne mal gegen Alba Berlin spielen? Also egal, wie es am Ende ausgeht. Auch Rostock möchte das. Macht ja auch ein bisschen den Reiz auf, oder? In diesem ganzen Wettbewerb. Absolut, absolut. Okay, Kreisheim gegen Rostock. Weiß nicht, wollen wir eine Tipprunde machen, oder lassen wir es lieber ohne? Machen wir mit. Ruppi nickt stark, beide Daumen hoch. Also Ruppi, dann hau mal raus. Was ist dein Take? Rostock gewinnt. Rostock gewinnt, okay. Rostock gewinnt ja immer noch Roberts, All-BBL, First-Teamer, Tyler Nelson. Okay. Dann kann ich nicht anders, als auch auf Rostock zu tippen, weil Tyler Nelson dann natürlich für Skäle in die Presse springen wird. Dominik, du hast noch tiefer in die Zahlen geblickt. Was ist dein Take? Ich glaube, Kreisheim macht es. Also jetzt nicht nur, weil jetzt Ruppi und Robert gesagt haben, dass sie Rostock wählen. Nee, ich habe ein ganz gutes Gefühl bei denen, muss ich sagen. Also haben auch richtig starke Scoring. Das wird, glaube ich, schon eine sehr schwierige Aufgabe für die Seawolves. Und in Kreisheim zu spielen, ist auch nicht immer einfach. Deswegen, auf geht's Kreisheim. Ich bin übrigens auch bei dir. Ich habe auch ein besseres Gefühl für die Kreisheimer. Ich hatte nach der letzten Preseason ein schreckliches Gefühl bei den Kreisheimern, das sich dann auch so bestätigt hat. Dieses Mal ist es sehr viel besser. Mal gucken, ob sie es wieder bestätigt. Also Upset-Potenzial, das ich auch sehe. Ich glaube, Kreisheim macht das Ding gegen Rostock. Dann lass uns rübergehen zur nächsten Partie. Wir bleiben Samstag, 18.30 Uhr. Wir bleiben im Südwesten der Republik. Dieses Mal die Tigers Tübingen, die die EWE-Baskets Oldenburg empfangen. Und genau dieses Duell gab es ja vergangene Saison schon. Klar, die Tigers Tübingen da noch in der Bundesliga. Aber dieses Duell, da gab es damals schon mit einer dicken Überraschung. Nämlich mit einem Sieg für die Tübinger zu Hause gegen damals stark ersatzgeschwächte Oldenburger. Trotzdem war das eine große Überraschung. Was können wir von dieser Begegnung erwarten nach dem Umbruch in Tübingen und ohne Danny Jansson an der Seitenlinie, Dominik? Also für mich hängt es viel mit dem Gegner einfach zusammen. Also das ist für mich eines der Spiele, wo ich schon glaube, dass der Bundesligist sich da relativ sicher durchsetzen wird. Die Oldenburger sind, glaube ich, einfach zu stark. Tübinger Kader ist sehr interessant, finde ich. Ist natürlich auch komplett neu zusammengestellt. Zehn, elf neue Spieler. Nur Till Jönke ist noch da geblieben. Neuer Coaching-Staff auch. Sind viele junge Spieler dabei. Ist ein sehr junger Kader. Sowohl junge Spieler auf den deutschen Positionen, als auch teilweise sogar auf den Import-Positionen. Es ist schwierig zu erwarten, was man so von ihnen sehen wird während der Saison. Also ich denke mal, in der Pro A auf jeden Fall Playoff-Kandidat. Aber wie gesagt, in dem Match-Up gegen Oldenburg, mit der Qualität, die die Oldenburger auch in der Breite haben, auf allen Positionen, eigentlich sehe ich Oldenburg da schon klar vorne. Robert, wenn wir da drauf gucken, auf die Oldenburger und die letzte Saison im Hinterkopf haben, die, glaube ich, schon getrost als Enttäuschung abgestempelt werden kann, wäre dieser Erfolg oder schauen wir auf den ganzen Pokalweg am besten. Denn wenn sie gewinnen sollten in Tübingen, da können wir schon mal ein bisschen vorausschauen, geht es gegen den Gewinner aus Trier gegen Frankfurt, also auch da höchstwahrscheinlich als Favorit, wo sie reingehen. Würde das bedeuten, dass die Oldenburger zumindest mal im Pokal ihren Weg gehen könnten und eine kleine Rehabilitation der letzten Saison vornehmen könnten? Ja, durchaus. Wir kennen ja den Pokal-Modus, der von dir beschriebene Weg führt, vermeintlich ins Viertelfinale, dann fehlt nur noch ein Sieg bis zum Top 4. So weit wollen wir noch gar nicht vorausblicken, aber das, glaube ich, wird schon eine richtungsweisende Saison für Oldenburg werden, ganz losgelöst vom Pokal, auch für Trainer Pedro Cajas. Das hat für ihn gut in Oldenburg begonnen mit Tabellenplatz 4, hat dann die letzten Monate, das letzte Jahr, nicht so gut funktioniert. Klar, da waren massive Verletzungsprobleme, aber dennoch war die Performance nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und jetzt geht man in die Post-Weezy-Russell-Zeit, hat sich von dieser Identifikationsfigur getrennt, setzt jetzt auf Gino Crandall im Spielaufbau, hat ihn auch zum Kapitän gemacht. Spannende Entwicklung, in den Testspielen haben sie jetzt ganz gut ausgesehen, haben den Hamburgern Ruppi 115, glaube ich, eingeschenkt. 115 zu 88. Also die scheinen gut in Form zu sein und ich stimme Dominik voll und ganz zu. Das ist für mich das deutlichste Spiel in dieser ersten Pokalrunde. Also alles andere als ein deutlicher Erfolg für die EW-Baskets, wäre für mich eine riesengroße Überraschung. Lass uns da auch kurz durchtippen. Diesmal darf Dominik beginnen. Ich bleibe bei dem, was ich heute gesagt habe. Oldenburg macht das Ding. Robert? Ja, ganz deutlich Oldenburg. Ruppi? Oldenburg. Ja, bin ich auch bei euch. Ich bin auch bei den Oldenburgern, die das ziemlich sicher machen werden und dann eben gegen Trier oder Frankfurt spielen werden, was sie dann ja schon am Freitagabend erfahren werden. 18.30 Uhr Tübingen gegen Oldenburg live bei Dime. Dann gehen wir weiter. Samstagabend, 20 Uhr. Gießen gegen den Centainix MBC. Upset-Potenzial da? Ja, nein, vielleicht, Dominik? Durchaus, ja. Also gerade auch mit dem, was die Gießener letzte Saison im Pokal gegen Kreisheim gemacht haben. MBC für mich vielleicht auch so ein Gegner, der vielleicht möglicherweise in einer ähnlichen Situation wie Kreisheim ist. Einfach, vielleicht läuft es am Anfang noch nicht so. Der eine oder andere Spieler funktioniert vielleicht nicht. Und Gießen hat schon auch diese Saison wieder echt einen starken Kader. Sind letzte Saison Tabellenzweiter geworden sogar am Ende. Dann im Viertelfinale ja doch relativ enttäuschend ausgeschieden gegen Karlsruhe. Aber ich würde sagen, sie haben sich auch nochmal verbessert. Haben sich zum Beispiel mit Kyle Kesslin einen sehr starken, auch pro A gestandenen Spieler geholt, der ihnen ordentlich Scoring noch bringt. Auf ein, zwei anderen Positionen auch noch neue Spieler geholt. Zwei Serben sind jetzt auch noch neu dazugekommen. Passt natürlich zum Coach, zu Frankie, der sich ja immer da gerne ein, zwei Spieler zur Seite holt. Ist auch so ein bisschen jetzt das Ende der Ära Fundic auf der Big-Man-Position, der die letzten zwei Jahre da war. Da darf man auch mal gespannt sein. Ist auf jeden Fall auch Potenzial da, würde ich sagen. Aber ich glaube, ein bisschen weniger vielleicht als zum Beispiel bei dem Spiel von Kreisheim gegen Rostock. Wenn wir, Ruppi, auf den MBC schauen, dann sind das doch bis hierhin ganz aussichtsreiche Verpflichtungen, die sie gemacht haben. Der Kader wirkt für mich irgendwie relativ rund, viel runder als in anderen Off-Seasons bisher. Ich finde, das sieht eigentlich ganz vernünftig aus, was der MBC da bisher gemacht hat, oder? Ja, der Kader ist vor allem ausgesprochen erfahren. Ist, glaube ich, sogar der älteste Kader der Liga. Angeführt natürlich von John Bryant, 37 mittlerweile. Akim Vargas ist dabei, Martin Bräunig ist immer noch geblieben. Charles Kellesen, Gianni Otto, wir können die Leute jetzt hoch und runter zählen. Also das ist eine wirklich solide Off-Season. Da sind jetzt nicht viele Fragezeichen verpflichtet worden, und nicht viele Risikotransfers. Der Risikotransfer, wo ich das Risiko jetzt vielleicht mal wegnehmen würde, ist auf der Trainerposition. Da hat man ja Jannis Galitis geholt, einen Letten aus Riga. Meistertrainer, und der soll verstärkt auf die Defensive setzen. Uns ist bekannt, dass das in den vergangenen Jahren meistens immer die Achillesferse beim MBC gewesen war. Jetzt ein defensiv orientierten Coach mit einer etwas älteren Mannschaft. Aber ich glaube, für den Pokal ist das ein sehr, sehr gutes Szenario. Die wissen, was es braucht, um solche Spiele auch zu gewinnen, auch vielleicht in einer etwas hitzigeren Atmosphäre. Also für diese erste Runde, denke ich, sind die Voraussetzungen sehr, sehr gut auf Weißenfelser Seite. Da das Upset-Potenzial trotzdem irgendwie gegeben. Ich habe mit einem Gießener nach der Saison, nach der vergangenen, gesprochen. Ich habe gefragt, was war denn da los in den Playoffs? Warum seid ihr als Zweiter aus der Hauptrunde rausgegangen und habt dann in den Playoffs irgendwie so ein bisschen die Luft verloren? Und da hat er angesprochen, dass die Rotationen zu eng waren während der Playoffs, was dann natürlich, wenn du viele Spiele in kurzer Zeit hast, zum Tragen kommt. Er war aber fest davon überzeugt, dass es ansonsten durchaus zu mehr gereicht hätte, sogar bis zur Finalteilnahme. Das Ganze kann man natürlich nicht überprüfen. Das ist auch ein Blick in die Glaskugel, aber das war teamintern. Und entsprechend bin ich mir da ziemlich sicher, dass man da als Profi auch ein ganz gutes Gefühl dafür hat. Ich glaube, gerade in solchen Spielen, gerade zu Saisonbeginn, kann es schon sein, dass die Gießener da ihr volles Potenzial abrufen. Da kannst du auch mit dieser engen Rotation spielen, weil eben die Spieler noch ausgeruht sind. Die Preseason ist natürlich da und auch hart und auch kräftezehrend. Aber wenn du dann da die Reize entsprechend setzt, dann kannst du ausgeruht in so eine Partie gegen den MBC gehen. Und dann ist der Unterschied zwischen Gießen und dem MBC nicht mehr besonders riesig, gerade wenn wir auf den Kader gucken und da zum Beispiel Spieler sehen wie ein Robin Benzing bei den Gießnern, der definitiv weiß, wie man solche Spiele, solche großen Spiele bestreitet und am Schluss auch gewinnt. Ruppi oder Robert, fragen wir mal da nach, ist vielleicht in dem Fall besser. Der Sieger spielt gegen Ludwigsburg. Ein gutes Los für Ludwigsburg. Ein gutes Los für die anderen beiden, da nochmal extra Motivation zu streuen. Nicht, dass es die bräuchte in einem Pokalspiel, aber trotzdem spielt das eine Rolle oder nicht? Ist das völlig einerlei? Ich glaube, dass es für dieses Spiel jetzt explizit erstmal keine Rolle spielt. Wenn du nach dem Los für Ludwigsburg fragst, würde ich sagen, das ist ein gutes Los, weil die Riesen haben auf jeden Fall ein Heimspiel und dürften somit Favorit sein gegen sowohl Gießen als auch Weißenfels. Für das Spiel der 46ers, glaube ich, macht das Los in der zweiten Runde keinen Unterschied, auch wenn sie wissen, wie man in die zweite Runde einzieht, wie wir letzte Saison gesehen haben. Aber ich würde sie in diesem direkten Duell doch eher als Außenseiter einschätzen, weil, wie Ruppi hat es angesprochen, so die zentrale Achse im MBC-Kader geblieben ist. Und ich glaube, dass das im Faktor Eingespieltheit schon zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison ein Vorteil sein kann für den MBC. Letzte Frage an dich, Dominik, zu diesem Spiel noch. Die Gießen 46er sind die einzige Mannschaft, die es bisher geschafft haben, in diesem Pokalmodus, den es auch erst seit letztem Jahr gibt, aber trotzdem als einzige Mannschaft als Zweitligisten einen Erstligisten zu eliminieren. Letztes Jahr nämlich die Harko Merlins-Kreisheim. Welcher Faktor oder welches Gewicht hat dieser Faktor vielleicht so rumgefragt? Ja, schon. Also ich glaube, das ist schon so ein Faktor, wo man auf jeden Fall Respekt vorhat. Und ich würde vielleicht bei Gießen nochmal einen anderen Punkt machen. Da gab es jetzt ein bisschen Unruhe im Umfeld, weil man sich vom Geschäftsführer getrennt hat. Und das ist jetzt, glaube ich, auch so ein Spiel, selbst wenn man nicht gewinnt, da ein guter Start in die Saison, kann auch vor allem aus Sicht des Vereins ganz gut sein, mal so ein bisschen noch wieder für Ruhe zu sorgen, weil da gab es doch schon ordentlich Kritik jetzt an dem Rauswurf, Entlassung, wie auch immer man es nennen möchte, von Jonathan Kolmer. Deswegen ist, glaube ich, auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Hast du da Hintergründe dazu, worum es dabei ging, dass wir die kurz aufrollen? Grob gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es größtenteils, glaube ich, auch um Ausrichtung des Vereins für die kommenden Jahre. Da scheint es wohl Differenzen gegeben zu haben. Ja, aber ich bin auch nicht so tief jetzt damit Insider-Informationen bewaffnet, als dass ich jetzt hier noch irgendwelche Gerüchte streuen würde. Nee, alles gut. Alles gut, aber wenn wir so einen groben Umriss haben, dann ist das ja schon mal mehr, als wenn wir da die Zuhörerinnen und Zuhörer im leeren Raum stehen lassen. So viel also zum Duell der Gießner gegen den MBC. Ruppi, erster Tipp? Der MBC. Der MBC. Dominik? Auch der MBC. Auch der MBC. Robert, auf der MBC, sagt er, dann sag ich Gießen. Nächster Upset. Du siehst ja jeden Zweitligist in der nächsten Runde. Stimmt nicht. Fast. Und wenn schon, dann wäre es halt eine Überraschung im Pokal. Toll. Jetzt kommt auch noch so eine Floske raus, der Pokal hat einige Sätze. Genau, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, deswegen muss ich auf andere tippen. Ich muss ein gesundes Gleichgewicht zu euch bilden. Versucht das ja immer schon mit meiner Professionalität. Augenzwinker. Okay, lass uns weitergehen zum nächsten Spiel, das auch sehr interessant werden dürfte. Samstag, 20 Uhr. Anton Gawell kommt in die Stadt, in der er in der Pro B bereits gespielt hat. Übrigens nicht derselbe Verein, aber die Bamberg Baskets sind zu Gast bei den Karlsruhe Lions. Übrigens habe ich gegen die Karlsruhe Lions damals noch in der zweiten Regionalliga gespielt. Die hatten damals schon größere Ambitionen aufzusteigen mit bezahlten Spielern und so weiter und so fort, was ja in der zweiten Region jetzt nicht unbedingt überall der Fall ist. Die hatten da richtig Dampf dahinter und sind weit oben angekommen, hätten das sportliche Aufstiegsrecht in diesem Jahr gehabt, um in die Bundesliga aufzusteigen. Allerdings konnten sie es nicht wahrnehmen, weil sie es aus wirtschaftlichen Gründen nicht geschafft haben. Allerdings haben sie sich trotzdem für den BWL-Pokal qualifiziert. Ruppi? Die interessante Frage dahingehend ist, hast du diese Aufstiegsambitionen damals zumindest kurzzeitig gestoppt mit so einem 35-Punkte-Spiel und einem Sieg? Ja, eher weniger. Ich habe da die Leute Eliup über mich drüber segeln sehen. Da waren schon echt krasse Leute mit dabei für eine zweite Region. Das war schon krass, was die da auf die Platte gezaubert haben. Aber wir wollen nicht zu lange in den alten Zeiten schwelgen. Wir wollen lieber gucken, was da aktuell geht bei den Karlsruhe Lines. Dominik, hol uns mal ab. Der Pro-A-Meister, der nicht aufgestiegen ist, diese Geschichte haben wir in den letzten Jahren öfter mal gehört. Und öfter mal war es im Jahr danach dann weit weg von der Meisterschaft, eher in Richtung Abstieg. Zum Beispiel bei dem Bayer Giants Leverkusen damals unter Hansi Gnad in der Saison nach dem sportlichen Aufstieg. den sie nicht wahrgenommen haben, auch direkt runtergerauscht in die Pro-B. Wie sieht es da aktuell bei Karlsruhe aus? Ja, ich finde, die Pro-A ist halt nochmal stärker geworden. Sie sind letztes Jahr als Siebter geworden. Ich würde sie auch so in dem Umfeld wieder einordnen. In der Hauptrunde? Genau, dass sie jetzt in der Pro-A unter die ersten sechs kommen würden. Und jetzt für das Spiel muss man, glaube ich, so ein bisschen die Rahmenbedingungen trennen vom Verein. Weil ich glaube, die gehen da mit sehr hoher Motivation in das Spiel. Allein, weil sie jetzt wieder in die Europa-Ralle zurückkehren mit über 3000 Zuschauern, die da reinpassen, verabschieden sich jetzt wieder von der Liener-Radke-Halle, wo nur 1500 Fans reinkommen. Und in der Europa-Ralle haben sie auch, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, auch damals schon Bundesliga gespielt. Damals, als noch die BG Karlsruhe Bundesliga gespielt hat. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Motivation für diese Mannschaft, der man ja sowieso am Ende der letzten Saison angemerkt hat, dass man natürlich sportlich den Aufstieg geschafft hat, aber dass es auch schon frustrierend war, dass halt das mit der Lizenz einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht geklappt hat. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt für mich ist aber, dass der Gegner, glaube ich, mit Bamberg einfach zu stark ist. Also ich glaube auch, dass Bamberg eine ganz passable BBL-Saison spielen wird, werfe ich jetzt einfach mal so frei in den Raum rein. Und ich glaube, Bamberg ist einfach auch ähnlich wie bei Oldenburg-Tübingen am Ende des Tages zu stark für Karlsruhe. Auch vom Kader her würde ich sagen, Karlsruhe hat einige Spieler auf jeden Fall gehalten. Drei Importspieler sind geblieben. Das ist auch eher selten natürlich in der Pro A. Haben auf den deutschen Positionen mit Garay Seep einen sehr guten Spieler, einen sehr wichtigen Spieler verloren. Bakari Dibba, der auch in die BBL gegangen ist nach Heidelberg, war auch ein sehr wichtiger Spieler. Das sind schon Impacts, die sie auf jeden Fall ersetzen müssen. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Saison, aber ich glaube, im Pokal wird es nicht reichen. Robert, du gehst mit. Ich gehe aber auch nicht mit, dass Anton Gavel uns in der letzten Folge ja erklärt hat, Karlsruhe sei das schwierigste Los aus der Pro A. Auf dem Papier würde ich sagen, ja, als Meister. De facto würde ich sagen, es ist nicht das schwierigste Los. Ich sehe die Bamberger auch relativ komfortabel hier vorne. Ruppi, keine Widerrede. Die Bamberger haben wir ja vergangene Woche besprochen. Wer es nicht gehört hat, nochmal den Hörtipp mit Anton Gavel. Folge Nummer vier. Und ich gehe auch mit. Bamberg gewinnt das Ding. Da haben wir dann, glaube ich, eure Tipps schon mit eingesackt. Direkt, ich bin dieses Mal bei euch. Ich glaube auch, dass die Bamberger das Ding holen. Vor allem vor dem Hintergrund, das wäre mal wieder so eine sportromantische Geschichte, dass Anton Gavel dann mit Bamberg gegen die Ulmer spielt in der zweiten Runde. Das ist auch schon ausgelost. Also Ratio vom Ulm wartet quasi auf den Sieger aus Karlsruhe gegen Bamberg. Für die bleibt es in Süddeutschland, was den Gegner angeht. Und das ist natürlich dann nochmal eine wunderbare Geschichte obendrauf, wenn Gavel da zu einem Do-or-Die-Spiel gegen die Ulmer aufläuft. Nicht nur zum normalen, in Anführungsstrichen, Ligaspiel, sondern dann auch im Pokal in der zweiten Runde. Das wäre eine Geschichte, wie sie halt im Buche steht. Von daher sind wir alle bei den Bambergern und die Karlsruher. Robert, ich finde, du hast das gut zusammengefasst. Erstmal im ersten Moment vielleicht als Pro-A-Meister das größte Los, aber insgesamt wahrscheinlich dann etwas abgeschwächter im Gegensatz zur vergangenen Saison. Okay, dann war es das mit dem Samstagabend und dem Pokalwochenende bei Dein. Aber am Sonntag geht es direkt weiter. 15 Uhr, Tipp-Off zwischen zwei Bundesligisten. Da darf Dominik jetzt nicht mitreden, ne? Bitte? Da darf Dominik jetzt nicht mitreden. Der ist nur als Pro-A-Experte eingekauft. Ich schalte mich stumm, warte. Das kostet zu viel Budget sonst. Genau. Also, Heidelberg gegen Hamburg. Ich glaube, Ruppi wollte nur sich selber schon mal in den Vordergrund spielen, weil er jetzt groß auftrumpfen kann, weil er in Hamburg wohnt und die Veolia Towers Hamburg regelmäßig sehr eng begleitet. Die Hamburger auswärts in Heidelberg. Erste Frage, Ruppi, fährst du mit oder nicht? Nein, ich bin zu dem Zeitpunkt in Augsburg beim Spiel des FC St. Pauli. Okay, das ist ein Stück zu weit. Zwar beides in Süddeutschland, aber dann doch weit auseinander. Lass uns einen Blick auf die Off-Season der Hamburger werfen, Ruppi. Wir hatten das schon mal in Folge Nummer 3, wenn ich mich nicht irre, mit Benedikturudic kurz besprochen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, da ist er auf dem Weg zum BBL-Media-Day aus dem Zug heraus und da gibt er wertvolle Infos. Was hast du für einen Eindruck bisher von den Hamburgern, von der Off-Season und von dieser ersten Pokalrunde? Einen ziemlich guten. Der Off-Season würde ich bislang die Note 2 geben. Ich bin niemand, der Testspiele überbewertet, aber da haben sie sich bis auf das Spiel jetzt in Oldenburg sehr ordentlich präsentiert und vier gewonnen, zwei verloren. Wie ich schon vor zwei Folgen gesagt habe, ich mag die deutschen Rotationen sehr gern. Die ist wirklich gut, die ist erfahren. Da haben sie sich verbessert. Klar, die Verletzung von Jan-Niklas Wimberg haut noch mal rein, aber da ist Patrick Heckmann für gekommen und die Imports machen auch bislang einen mindestens absolut soliden, wenn nicht im Fall von Jacek Lotti und durchaus auch QQS einen sehr guten Eindruck. Also mir gefällt, was in Hamburg passiert ist in diesem Sommer und auch wie sie sich jetzt bis in den Spätsommer hinein präsentiert haben. Wie gesagt, die Hamburger haben wir schon mal tiefer thematisiert. Deswegen wollen wir da gar nicht genauer drauf eingehen. Erstmal gleich nochmal aufs Duell. Aber Robert, lass uns mal kurz rübergucken zu den Heidelbergern. Was können wir denn von denen erwarten? Ja, die Heidelberger sind in der Saison ja ein bisschen die Tigers Tübingen 2.0. Haben mit Danny Jansson den Coach der Tigers geholt und der hat auch gleich einige Spieler mitgenommen. Allen voran Errol Erschek und Matteo Seric, zwei deutsche Leistungsträger, die den Heidelbergern schon gut zu Gesicht stehen, glaube ich. Und eben der vorher von Dominik angesprochene Bakary Dibber, der von Tübingen nach Karlsruhe ausgeliehen war, dort Pro-A-Meister wurde, ist jetzt auch mit seinem ehemaligen Coach Danny Jansson mit nach Heidelberg gegangen. Die Heidelberger, natürlich auch ein bisschen gebeutelt von dieser letzten Saison, die alles andere als sorgenfrei verlief, da waren sie ja ganz lang Tabellenletzter, haben natürlich als Ziel erstmal den Klassenerhalt. Aber ich glaube, dass diese Erneuerung, die sie ein Stück weit durchlaufen haben, mit Danny Jansson ihnen guttun könnte, ich glaube auch wird. Und ich glaube, Ruppi, Heidelberg wird nicht chancenlos sein in diesem Duell. Vor allem, weil sie auch einen Vorteil haben, früher Zeitpunkte in der Saison. Und wenn wir da so ein Mini-Upset mal mit reinnehmen, könnte ich mir vorstellen, dass Heidelberg das macht gegen die Towers. Und die Frage ist, ob das ein Upset wäre, wenn Heidelberg, also so ein Bundesliga-Duell, Heidelberg hat Heimvorteil, ob das schon als Upset gelten würde. Aber ich gehe trotzdem ganz leicht mit den Towers. Ich wäre da schon auch dabei, dass es ein kleiner Upset wäre. Ich glaube, dass die Towers doch in einer größeren, oder einfach die Favoritenrolle, wenn wir die verteilen wollen, dann wäre die aus meiner Sicht bei den Hamburgern. Dominik, du hast ein bisschen tiefer in die Zahlen reingeguckt. Was spricht für dich, für die Hamburger, was für die Heidelberger? Ich finde, die Hamburger haben echt eine starke deutsche Rotation, muss ich sagen, jetzt diese Saison. Also das sieht schon wirklich sehr stark aus. Also ich sehe sie auch kommende Saison deutlich stärker noch als letztes Jahr. Und ja, den Heidelbergern wünscht man natürlich, dass sie nicht ab Spieltag 1 sofort wieder in Chaos versinken. Das wäre schon sehr wünschenswert. Ich glaube, bei den Heidelbergern, der Heimvorteil, der spielt auf jeden Fall mit. Und ich finde auch diese Eingespieltheit mit den Spielern, die Robert gerade schon angesprochen hat, wo man sogar noch einen dazunehmen kann. Weil Ryan Meixel, der US-Amerikaner, hat nämlich auch schon unter Danny Jansson in Tübingen gespielt vor zwei Jahren. Mit dem Co-Trainer noch sind es also sechs Leute, die schon mal zusammengespielt haben. Und ja, sie haben bei den Import-Spielern einige, die mir sehr gut gefallen haben. Ich habe jetzt gestern hier in Münster die Heidelberger beim Testspiel sogar gesehen. Dann erzähl mal von deinen Eindrücken. Ja, war natürlich Pro-A-Ligist gegen BBL-Mannschaft in der Vorbereitung. Ist natürlich immer so eine Sache. Mit bei den Heidelbergern Michael Weathers hat mir sehr gut gefallen. Der kann eigentlich aus jeder Position scoren. Alex Barcelo hat auch defensiv einen sehr guten Eindruck gemacht. Deswegen, also ich glaube, Upset kann man schon sagen, aber auf jeden Fall lange nicht im selben Abendzug wie mit einem Pro-A-Ligisten, der ein BBL-Team schlägt. Ja, da bin ich bei dir. Wenn wir kurz durchtippen, diese Begegnung Heidelberg gegen Hamburg. Ruppi? Hamburg. Oder auch Robert gerne, der anfangen darf. Hamburg, okay. Robert? Ich gehe mit Heidelberg und sage, sie werden der Nies-Nutzer des Heimvorteils. Okay. Dominik? Ich glaube, ich gehe mit Hamburg. Okay. Ich bin auch mit den Hamburgern. Also ist nur Robert bei Heidelberg. Gut. Dann hätten wir das abgehakt. Das ist also Sonntag 15 Uhr. Auch Sonntag 15 Uhr dann das Duell zwischen Phönixhagen und der BG Göttingen. Nächstes Upset-Potenzial. Warum? Das werden wir jetzt erarbeiten. Phönixhagen, aus deiner Sicht, Dominik, wo stehen die aktuell? Was haben die in der vergangenen Saison gemacht? Und warum haben die sich möglicherweise die Hoffnung in sie verdient, dass sie in die zweite Pokalrunde kommen können? Ja, sie haben ja letzte Saison mit die beste Saison ihrer Pro-A-Vereinsgeschichte gespielt, sind Tabellen Dritter geworden, haben das erste Mal eine Playoff-Serie gewonnen gegen Kirchheim, sind ins Halbfinale eingezogen und haben auch größte Teile des Kaders zusammengehalten. Es stand sogar in der Pressemitteilung, die ja auch Jörg Bern dann, meine ich, verfasst haben müsste. Sehr interessante Info, das ist jetzt das erste Mal seit 2016, dass sie mal wieder zwei Importspieler über den Sommer halten konnten mit Nars Bohannon und Devonta McCall und Hagen ist ein sehr eklig zu spielendes Team, weil sie in ihrem Spielsystem extrem viel Offense über Paint-Touches generieren und das ist auch immer sehr anschaulich. Sie haben wirklich sehr gute deutsche Spieler und natürlich die Ische, die Ische-Landhalle, die ist sowieso immer laut und jetzt gegen Göttingen wird, glaube ich, noch drei, das Drei- bis Vier-Bache von der Lautstärke nochmal draufgepackt. Und wenn man auf den Gegner schaut, Göttingen spielt ja eine, ja, nicht so optimale Vorbereitung, wenn man das jetzt mal etwas netter formuliert. Wir haben, glaube ich, von sieben Spielen sechs verloren, haben jetzt bei diesem Turnier in Belgien ein Spiel gewonnen. Und das sieht überhaupt nicht gut aus. Da ist ja auch der, Sorensen hieß er, glaube ich, der Skandinavier, der ist ja auch verletzt. Der fällt ja ein halbes Jahr aus. Da fehlt ihm auch noch ein Importspieler. Bis jetzt wurde ja auch noch keiner nachverpflichtet. Ich nehme jetzt auch mal nicht an, dass da bis zum Wochenende, jetzt auf einmal noch jemand auftaucht, klar, kann natürlich immer noch passieren, aber wenn, dann wird es Ruppi uns allen natürlich mitteilen. Früh genug. Deswegen, ja, für mich auch eine Partie, wo Hagen eine Chance hat. Und sie haben ja Göttingen sogar im Testspiel schon geschlagen. Ja, ist ein Testspiel, aber trotzdem finde ich schon beachtlich. Ja, absolut. Gerade, wenn die Hagener in guter Form ankommen. Denn, Ruppi, wenn wir auf die Preseason der Herr Göttinger schauen, wie es Dominik gerade schon gesagt hat, und den Kader, dann gibt es da doch einiges an Verbesserungspotenzialen, die es da zu entdecken gibt. Ja, die Preseason, bin gleich, wie wir jetzt hier mehrfach erwähnt haben, Testspiele nicht überzubewerten, war von den Ergebnissen relativ fatal, vor allem der Art und Weise mitunter. Sie hatten jetzt auch ein Spiel mit mehr als 30 Punkten verloren. Jetzt am Wochenende beim Turnier in Belgien haben sie erstmalig gewonnen, dann Sonntag aber auch gleich wieder verloren. Man weiß immer nie, was die Mannschaften vorher gemacht haben, ab welchem Stand sie sind. Dass der Sörensen ausfällt, ist zu verkraften. Das war ohnehin eher ein Projekt, der ein bisschen für eine hintere Rolle auf der Bank eingeplant war. Momentan scheinen wohl die anderen Spieler noch nicht ganz so zu funktionieren, wie das vielleicht erhofft war. Gerade der Pointguard, Marein Wervers, der ein absoluter Pass-First-Pointguard ist, hat wohl noch nicht ganz so eingeschlagen bislang. Warten wir mal ab, wie es mit Pflichtspielbeginn ist. Aber Göttingen sicherlich eines der Teams, die mit einem sünderen Budget auskommen müssen. Jimmy Boheim als Anführer, als Star. Dian Hammond haben sie geholt, der aus Ludwigsburg bekannt ist, der dann nicht wirklich so eingeschlagen hat. Wo man mal schauen muss, ob es jetzt so eine Comeback-Season von ihm wird. Ja, und dann sind sie auch darauf angewiesen, dass ihre deutschen Spieler den nächsten Schritt gehen. Vor allem Zeck Enzminger und Colin Welp und dass dann erfahrene Leute wie Mathis Mönninghoff so auch das Niveau, was man von ihnen kennt, immer noch halbwegs halten können. Was mich so ein bisschen positiv stimmt bei Göttingen, Olivier Foucault hatte vergangenes Jahr seine erste Saison als Cheftrainer an solch einer großen Liga zu betreuen. Da hat er logischerweise einige Schwierigkeiten gehabt, was wahrscheinlich jedem Trainer so gegangen wäre. Er hat aber auch wirklich viel gelernt, hat die Saison auch lange reflektiert. Und ich glaube, da kann man sich jetzt schon erwarten, dass er da deutlich weiter ist und dann das Ganze auch entspannter und mit einer höheren Qualität moderieren kann. Werden wir uns dann ganz genau beobachten. Aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da, dass es da einen echten Pokalfight gibt. In Hagen, in der Ische. Was machen wir mit dem Spiel? Der Sieger spielt zu Hause gegen die Würzburg Baskets, gegen die Fit One Würzburg Baskets. Seit dieser Saison heißen die auch anders, haben einen neuen Namenssponsor. Würzburg zu empfangen, ein Team aus der Basketball-Chepets League. Das stünde nicht nur Göttingen gut, sondern vor allem natürlich auch dem Zweitligisten, Phönix Hagen. Was glaubt ihr? Was wird das, Robert? Was wird das für eine Partie? Hagen gegen Göttingen, wer holt es? Das ist für mich schwer zu greifen, weil ich die Göttinger noch überhaupt nicht einschätzen kann. Phönix Hagen tue ich mich auch schwer, aber ich sehe Göttingen vorne. Ruppi? Da stimme ich zu. Knapper Sieg für Göttingen. Dominik? Da tanze ich jetzt mal aus der Reihe und sage, Phönix macht es gegen Göttingen zu Hause. Ich habe dein ähnliches Gefühl wie du, Dominik. Ich bin da auch beim Zweitligisten. Hagen schlägt Göttingen. Gut, dass wir Pari-Pari sind. Also das wird auf jeden Fall ein spannendes Ding. Sonntag 15 Uhr dann live aus Hagen. Natürlich alle Spiele zu sehen live bei deinem. Genauso wie der Abschluss dieses ersten Pokalabschnittes, dieser ersten Pokalrunde. 16.30 Uhr Sonntag. Science City Jena gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Man könnte es auch überschreiben mit Junggemüse gegen Erfahrung. Nennen wir es mal Erfahrung. Also die Basketball-Löwen Braunschweig bleiben. Das haben wir schon in der vergangenen Folge auch so thematisiert. Folge Nummer 4. Hört da gerne nochmal rein. Da haben wir auch schon mal ein bisschen über den Kader gesprochen. Also sehr junge Truppe mit vielen Talenten. Mal wieder gespickt mit ein paar, die das System Braunschweig schon kennen, die den Standort Braunschweig schon kennen, erfahrenen Spielern, die gekommen sind. Aber die erfahrenen Spieler sind halt 25, 26 oder vielleicht 28, 29. Ganz weit weg von dem, was Science City Jena zu bieten hat an Erfahrung. Und Dominik, da gibt es dann doch schon den einen oder anderen, der ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat. Ich würde fast behaupten, so viele Jahre auf dem Profibuckel hat, wie ein paar Braunschweiger noch nicht mal alt sind. Ja, Jena hat dieses Jahr wirklich einen nach dem anderen rausgehauen. Mit ehemaligen BWL-Spielern, die jetzt auf einmal in der Pro A spielen. Also das ist schon ein Wort mit Chris Carter aus Rostock, Robin Christen aus Ulm, für zwei Jahre sogar direkt unterschrieben. Und dann jetzt ja vor kurzem erst noch Raymar Morgan, der ja 2017 MVP wurde. Bei Ulm, genau. Und der spielt jetzt auch einfach in Jena. Da guckt man schon so ein bisschen doof aus der Wäsche, wenn man das irgendwie sieht. War letztes Jahr auch nicht in dem Maße so, aber das ist schon ein starker Kader, wie du gerade gesagt hast, mit sehr viel Erfahrung jetzt auch, mit wirklich gestandenen BWL-Spielern. Beim Morgen ist noch so ein bisschen die Frage, wie weit er schon ist, weil er auch lange verletzt war. Hat im Frühjahr jetzt noch in Kanada gespielt. Da hat Björn Harmsen aber auch schon öffentlich Aussagen zugegeben, hat etwas zurückgerudert, dass das wohl noch ein bisschen brauchen wird, bis er sich auch wieder eingegliedert hat. War ja letztes Jahr mit Yoshiko Saibu ähnlich, der auch später erst dazugekommen ist. Bei morgen wird es wahrscheinlich nicht so lange dauern. Ich nehme auch mal an, dass er spielen wird. Auch ein Spiel mit ganz gut Upside-Potenzial. Auch wenn Braunschweig natürlich auch schon eines der besseren BWL-Teams ist, die jetzt im Pokal mitspielen. Aber Jena zählt auch zu den Top-Mannschaften in der Pro A. Auch die Spieler, die sie gehalten haben. Rashid Moore hat auch schon BWL-Erfahrungen. Stefan Haulkel, Robin Lodders, das sind erfahrene deutsche Spieler. Und dann haben sie noch Zach Cooks geholt aus Österreich. Ist da auch MVP schon gewesen. MVP aus der österreichischen Liga ist ja jetzt auch nach Heidelberg gewechselt. Also das muss auch schon was heißen, glaube ich, dass man so einen Spieler holt. Und da bei Jena, ich glaube, sie waren letzte Saison sehr gut insgesamt. Die Offense war schon sehr ISO-lastig. Sie hatten Spieler, die die Qualität dafür hatten. Und das hat während der Regular Season auch super funktioniert. Und in den Playoffs haben sie dann aber gegen Frankfurt da ziemlich die Grenzen aufgezeigt bekommen. Haben dann mit Ach und Krach noch ein Spiel gewonnen. Sonst wären sie auch mit dem Besen rausgefegt worden mit 0 zu 3. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das wird in dieser Saison auch ein bisschen teamlastiger werden. Und da werden wir dann im Pokalspiel gegen Braunschweig, glaube ich, die ersten Schritte der Mannschaft dann sehen. Bei so einem Duell, Rupert, was überwiegt? Die Spielfähigkeit oder die Spielfreude, die so eine Braunschweiger Mannschaft mitbringt mit super viel Talent? Oder ist es wichtiger, in so einem Pokal mit der Erfahrung zu kommen, solche großen Spiele schon mal gespielt zu haben? Also Florian, ich glaube, in dem Fall würde ich mit der Qualität gehen. Eigentlich gehe ich immer mit der Qualität. Und Erfahrung hin oder her. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt ein Haufen 35-Jähriger gegen eine NBBL-Mannschaft spielen. Braunschweig hat ja auch Erfahrung in der Mannschaft. Die sind alle Bundesliga gesteht und die sind, wenn man alles übereinander legt, auch die bessere Mannschaft. Von daher, Erfahrung schadet sicherlich nicht und die hat Jena reichlich. Aber da würde ich sagen, die Spielfreude. Also es ist ja auch ein Vorteil, wenn man jünger ist, dass man zumeist etwas schneller ist, etwas athletischer ist. Und das ist das Braunschweiger-Team auf jeden Fall. Und das können sich zusätzlich zugute machen. Also ich gehe da mit einem Braunschweiger-Sieg. Robert, kurze Trivia für dich. Es wäre ein Geburtstagsgeschenk. Für wen werden die Basketball-Löwen das Ding gewinnen in Jena? Es muss Dennis Schröder sein. Ja, ist richtig. War vielleicht ein bisschen einfach, oder? Ich habe keine Ahnung, wann Dennis Schröder Geburtstag hat, aber wenn du so fragst, der prominenteste Braunschweiger-Basketballer kommt da schon in Frage. Ich glaube auch, dass es ein Geburtstagsgeschenk geben wird. Ja, die Basketball-Löwen Braunschweig also mit dem Sieg gegen Jena getippt von Robert, getippt von Rupert und von Dominik. Ja, würde ich auch mitgehen, glaube ich. Braunschweig wird das Ding machen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Der Sieger spielt übrigens zu Hause dann gegen Vechta. Egal, wer es wird. Rasta Vechta muss hinfahren. Entweder nach Jena oder nach Braunschweig. Das sind die Möglichkeiten. Und damit endet dann auch das Pokalwochenende mit der ersten Runde. Und danach starten wir dann rein in die BWL-Woche, die ja dann direkt anknüpft mit schon ein paar wunderbaren Spielen. Ich glaube, Bonn spielt schon unter der Woche. Bayern gegen Chemnitz spielt schon unter der Woche, bevor es dann am Wochenende auch an allen Ecken und Enden Richtung BWL knallt. Also ab jetzt geht es wirklich los. Ab jetzt ist angesagt, dass es in Richtung Pflichtspiele geht. Zumindest mal für die Teams, die eben die Plätze 9 bis 16 in der BWL belegt haben, beziehungsweise 17, 18 und dann die Pro-A-Ligisten. Das haben wir ja schon besprochen. Für zwei oder für ein paar andere Mannschaften, die jetzt bei dieser ersten Pokalrunde noch außen vor sind, weil sie eben unter den ersten acht gelandet sind. Für die geht es am Wochenende auch ran. Und zwei davon zeigen wir euch auch gleich mehrfach, nämlich Bayern und Alba Berlin. Die beiden haben jede Menge Testspiele und auch die laufen bei Dein. Richtig gehört. Am 14.09. zum Beispiel, das ist der Samstag, wenn ich es richtig weiß. Jawohl, richtig. Der 14.09. Da spielt beispielsweise Bayern gegen Makabi Tel Aviv live zu sehen. Bei Dein am Sonntag ist es dann Panathinaikos Athen gegen Bayern. Und am Montag gibt es dann noch die Partie zwischen Panathinaikos Athen und Makabi Tel Aviv. Und gleichzeitig gibt es dann auch in der Woche, in dieser Woche also schon, weitere Testspiele, unter anderem von Alba Berlin. Die spielen zum Beispiel am 12.00, das ist also schon diesen Donnerstag, um 19.00 Uhr gegen Anadolu Efes ein Vorbereitungsspiel. Am Freitag dann gegen Jalgiris Kaunas. Und am Sonntag geht es dann für Alba gegen Tofa Spursa. Also auch da seid ihr voll versorgt mit Bayern und Alba ab kommenden Donnerstag schon. Und dann, wie gesagt, bis Montag eigentlich durch mit Spielen. Auch während des Pokals könnt ihr gerne mal rüber zappen oder davor oder danach reingucken. Je nachdem, wie das dann reinpasst. Die Testspiele, die letzten Testspiele von Alba Berlin und dem FC Bayern, bevor es dann in die Saison reingeht. Und die Basketball Champions League Quali, die gibt es auch bei uns bei Dein. Die geht dann am 20.00 los, also übernächste Woche. Da werden wir euch auch nochmal drauf einstellen. Am 20.00 die Telekom Baskets Bonn spielen da erst ihr Halbfinale und dann hoffentlich, wenn sie gewinnen, auch ihr Finale. Und wenn sie diese beiden Spiele gewinnen, dann sind die Telekom Baskets Bonn wieder mit dabei in der Basketball Champions League am 20.00 und am 22.00 September. Das könnt ihr euch schon mal in den Terminplan eintragen. Da gibt es also die Basketball Champions League Quali auch bei uns live bei Dein. Das mal dazu. Genau, die Pflichtspiele haben wir, die Testspiele haben wir. Und dann, Ruppe, haben wir noch ein Thema, auf das wir so Side-Fact-mäßig eingehen wollen. Das aber ein Thema ist, das nicht besonders cool ist und im Basketball eigentlich nichts zu suchen hat. Es geht nämlich um ein Osterturnier in Wien. Viele von euch Basketballern kennen das, weil unendlich viele Vereine dort mit ihrer Jugendmannschaft hinfahren. Ich war dort auch, glaube ich, zehn Jahre in Folge, um dort zu spielen oder sogar noch länger. Hat immer großen Spaß gemacht. Dieses Mal aber, Ruppe, hat das Ganze einen sehr faden Beigeschmack gehabt. Was ist passiert und was ist daraus gefolgt, sagen wir mal? Ja, das ist ein Thema, was nicht nur im Basketball, sondern grundsätzlich eigentlich nichts zu suchen hat. Das war nämlich ein rassistischer Vorfall, der sie ereignet hat im Finalspiel zwischen dem TS Jan München und BBU 01 Ulm. Also der Unterbau auch von Ratio Farm Ulm. Da ist nämlich ein Spieler der Münchner Mannschaft rassistisch beleidigt worden in der Hinsicht. Er handelt sich um einen dunkelhäutigen Spieler und er stand in der Freiborflinie und es sollen das auch protokolliert, mit Stellungnahmen, mit Videoaufnahmen belegt, Unterstützer der Ulmer Mannschaft Affenlaute gemacht haben. Also haben das gemacht. Man kann das auf dem Video sehr gut hören und sehen. Ja, und das eigentlich Coole daran, das einzig Coole daran ist, dass der Spieler so cool geblieben ist, die Freiborflinie versenkt hat. Also Respekt dazu und der ganze Rest eigentlich massiv uncool und unter aller Würde, unter aller Sau. Das Verhalten der Fans, dann eine ausbleibende Stellungnahme des Turnierorganisators und wo auch an die Vorfälle negierende Stellungnahme seitens der Ulmer. Das Ganze ist dann von der Familie des Spielers öffentlich gemacht worden und hat auch weite Kreise gezogen. Also das Netzwerk Rassismus und diskriminierungsfreies Bayern hat beispielsweise dazu eine lange Pressemitteilung verfasst. Und das Ganze ist mittlerweile schon, wir haben ihn eben angesprochen worden, auch von Dennis Schröder aufgegriffen und geteilt worden, der sich da auch nochmal in aller Form dagegen ausgesprochen hat. Also ja, Respekt an den Jungen, der die Freibürfe gemacht hat, Enju heißt er. Und ja, massiver Disrespekt an den ganzen Rest der Beteiligten. Ja, auch Izzy Bonga hat sich übrigens mit ihm solidarisiert, hat ihm ein Video aufgenommen. Das finde ich auch sehr cool, dass da auch hinter ihm gestanden wird. Rassismus hat überhaupt in der Gesellschaft überhaupt gar nichts verloren und im Basketball erst recht nicht. Wir loben hier sehr oft unsere Sportart als eine, die der Gesellschaft vieles vorlebt, wie man miteinander lebt, unabhängig von Aussehen, Religion oder Glaubensrichtung. Und dass dann sowas ausgerechnet in dem Basketball bei einem U13-Spiel passiert, ist natürlich erstmal eine Katastrophe. Und wie darauf reagiert wird, ist die nächste Katastrophe. Also da senden wir auch nochmal Grüße raus, guckt nacheinander und wenn sowas passiert, auch, ich finde auch die Referees, man sieht das in diesem Video, warum brichst du so ein Spiel nicht ab, auch wenn es das Finale von so einem Turnier ist, oder warum unterbrichst du zumindest nicht das Spiel und lässt die Zuschauer einmal die Halle verlassen und zwar komplett, dann wird halt so weitergespielt. Aber solche Dinge müssen, finde ich, von professioneller Seite da einfach besser gehandhabt werden und direkt und rigoros unterbrochen werden, dass man diesem Rassismus, es gar keinen Raum gibt, den es jetzt dann bekommen hat, dass danach irgendwelche Leute das bestreiten können oder sich nicht dazu äußern, das an der Stelle nochmal erwähnt. Also auch da, wenn ihr irgendwie Ref seid oder sonst irgendwas, seid mutig, unterbrecht die Spiele, brecht sie ab. Ja, denn das hat in unserer Sportart absolut 0,0 zu tun. Ja, was ich an der Stelle nochmal sagen würde, nicht zwingend immer nur die, also nur die Refs, kann ja auch sein, dass man das nicht richtig versteht oder missinterpretiert, aber die Leute, die da im direkten Umfeld stehen, die müssen doch eigentlich direkt reagieren und also wenn das vor allem irgendwie Eltern da aus dem eigenen Verein sind, das ist ja hochnotpeinlich und da muss man doch direkt eigentlich was sagen oder auch egal, ob das jetzt Kante oder sonst was sind. Also das sind die Leute, die dann auch in die Verantwortung zu nehmen sind, da direkt was zu sagen, einzuschreiten, zu intervenieren und die Leute rauszuschmeißen. Das ist wie mit Becherwerfern im Stadion. Ja, außer dass es noch schlechter und noch gesellschaftsschädigender ist, das an sich und was das auch bei Kindern und Erwachsenen auslösen kann. Annozialer geht es gar nicht und ein Hirnverbrennter. Ja, das stimmt. In der Deutlichkeit muss man manchmal Dinge benennen, gerade wenn sie in diese Richtung gehen. Also das ist ein Fastabschluss dieser Folge. Schaut ganz viel Pokal. Es gibt ganz viel zu sehen. Dann hoffentlich mit erfreulichen Nachrichten aus den Hallen, mit viel Fannähe und viel Unterstützung und viel Liebe für unser Spiel. Denn jetzt geht es wieder los. Ab in die Saison und ein kleines Schmankerl. Das können wir euch noch hinterher liefern, Robert. Denn in der zweiten Runde, die ist ja schon ausgelost im Pokal. Und da steht auch schon eine Begegnung fest, die wir heute noch gar nicht genannt haben. Denn es wird keine Beteiligten der ersten Runde treffen, die da gegeneinander spielen. Richtig. Denn wenn ihr aufgepasst habt, die jeweiligen Sieger der Spieler, die wir thematisiert haben, kommen ja eine Runde weiter. Das gäbe aber nur sieben Achtelfinalspiele. Dementsprechend fehlen noch zwei Teams. Und das sind die Telekom Basketball und der FC Bayern Basketball, die in der zweiten Runde aufeinandertreffen werden. Und auch noch in der Konstellation. Das ist sehr fein. Bonn empfängt Bayern. Wir kennen das aus den letzten Jahren. Da geht es immer sehr heiß her. Ich freue mich drauf. Ich glaube, ihr auch. Danke dir, Dominik, für deine Expertise. Hat großen Spaß gemacht, dich so lange bei uns dabei zu haben. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und auf geht's pro A-Mannschaften. Da ist der Support auf jeden Fall da. Und ansonsten, wie gesagt, die Testspiele könnt ihr auch alle gucken. Schaut vorbei bei uns auf der Plattform. Alles live zu sehen. Ich freue mich auf eine pickepackevolle Basketballwoche. Ich hoffe, ihr auch bleibt sportlich. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Nämlich nächsten Montag mit der Vorausschau auf die BWL-Saison. Bis dahin. Bleibt sportlich. Ciao, ciao. Bis dahin.